du willst mich ja nur fehlen sehen so zum beispiel das ist aber ein relativ aktuelles spiel es ist ein spiel was heute erst rausgekommen ist nur ich dachte dass diese so geil aus und durch die alten film und sowas auch macht aus drei jahre da von daher schwierkeitsstufe ist eigentlich sehr authentisch wenn es da geht die zu einfach aus bis zu kleines tassenmännchen was halt schießen kann ja scheiße was zum treffen und zu informationen also alles was das rosa ist da kann man was machen also das ist nicht beziehungsweise ganz damit die sachen und auf land karten und bis jetzt aufgefallen ist man kann so abspringen von leute von anderen sachen ist halt schwer denn was wie gesagt richtig schwer so hier war ich vorhin schon mal bin ich aber klick nicht versagt und zwar genau hier ja kurz vorm ziel hallo hallo frank danke für den host seit jetzt fertig mit eurem spiel ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß gehabt ich bin leider ein bisschen spät gekommen vom einkaufen zurück ich bin das glaube ich vor einer halbe stunde wieder zurück kurz vorm start deswegen konnte ich nicht mehr sauer gehen muss ich erst vorbereiten aber vielen vielen dank für den host also von der schwierigkeit ist das spiel echt heftig ich spiel zurzeit alleine zu zweit wäre es garantiert ein bisschen einfacher denke ich mal und guten appetit hi pj alles kommt raus da die stelle geht einigermaßen noch aber hinterher wird es echt die stelle geht die stelle ist extrem haarig lieber wieder aufstehen Scheiße, genau. Los, geht drauf. Ich bin drüben, ich bin drüben, ich bin drüben. Ich lebe noch, ich lebe noch. So, noch 2 HP. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Endlich. Hallo Gold-Coins. Leider 1 HP verloren. Ah, jetzt kommt er auch noch lang. Aber erstmal werde ich jetzt was kaufen. The first Parrymove only. Na, ist ja doof. Hm, hol sich das. Let's find this. Medium range, good damage, with lower rate of fire. Hm. Let's then shot B. Da kann man nicht drunter. Da war ich auch schon drin. Was haben wir hier gefunden? Was ist das? You two want to fly in a plane, like you two? Hä? You are not setting any cookpits, till you study those blueprints. Okay. Aeroplane blueprints. Mal gucken was so schönes ist. Schießen mit XP special. Parrymissar. Okay. Schränk. Okay. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ein großer Schlamm und dann, Saka. Und beginnt! Und dann, Saka. Okay. Das ist echt ein harter Gegner. Oh. Oh, fuck. Das wird echt ein harter Gegner. Lach mir die Nase an. Mich nicht. Geil, ich hab mal einer B. Und daneben. Oh, Franghorn. Jetzt aber konzentriert sie, äh konzentrieren. Okay, diese Supermacht habe ich nicht verstanden, die Superkraft, aber egal. Was ist das? Nein, nein, nicht kaputt gehen. Nicht jetzt. Nein. Hi Foxy. Du hast mich doch schon mal gehört. Ich war auch schon bei John im Discord. Aber herzlich willkommen bei dem Oberfehler. Ich habe schon bei Ben und Ed mitgespielt, zum Beispiel. Ich war schon bei Sonic dabei. Wirklich? Ich bin nicht. Oh, nein, nicht schon wieder gestorben. Das kompliziert. Hä? Jetzt hat er zwei Dead, aber irgendwie weiß ich nichts. Cool. Hallo? Ich bin für ihn. Was ist denn hier? Ok, anscheinend ist das Spiel doch noch ein bisschen verpackt. Jetzt passiert gar nichts mehr, ich kann das gar nichts machen. Also schlecht ist es nicht, es ist nur extrem schwer. Bisher habe ich es nicht so schwer vorgestellt. Zumindest auf der regulären Stufe. Das hatten wir ja schon mal. Diese zweideutigen Ansagen hier und hier. Das war's schon mal. Bekannt Spirits. Oh, wait! You're real! Also. I was about to hit you with my parry move. That's how you deal. With the ghosts. What here? Only Nitwitz twice shooting someone and we'll sell. Ok, bla 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 bla. Mach weiter. Ich will jetzt rein there. Ah, ok. Storypointed Lick Avenger. Agent of Mesa. Help. Help. Ah, was war das? Das Pinker Geist. Ah, was war das? Wir sind rosa Geist, da können wir da auch springen. Jetzt kommen die Opis auch schon im Decke. Wir sind die Opis auch schon im Verkauf. Ja! Geist. Ja! Eier. Ja! Ja!